Im Jahr 1964 trat ein junger Psychologe vor den US-Kongress. Er hatte eine Mission. In dieser Zeit glaubten die meisten Menschen, Armut habe mit der Biologie zu tun und nicht mit dem Lebensumfeld, in dem Menschen aufwachsen. Der Psychologe Uri Bronfenbrenner wollte dies ändern. Er wollte die Welt davon überzeugen, dass wir, um den Sozialschwächeren zu helfen, auch ihr Umfeld verändern müssen. Aber ist ihm das gelungen? Der ökosystemische Ansatz von Bronfenbrenner geht davon aus, dass ein Kind von fünf ökologischen Kräften beeinflusst wird. An erster Stelle steht das Mikrosystem. Die Familie und die Freunde, die direkt auf das Kind einwirken. An zweiter Stelle stehen die Kräfte der Verbindungen zwischen den Menschen im Umfeld des Kindes. Eltern mit Lehrern und Lehrer mit Gleichaltrigen. Dann gibt es Verbindungen zwischen sozialen Umfeldern, die das Kind nicht direkt betreffen. Der Vater mit seinem Chef, die Gleichaltrigen mit ihren Eltern und der Lehrer mit dem Schulleiter. Es gibt die übergreifende Kultur, die Religion und die sozialen Normen, die alle anderen beeinflussen. Kinder werden in ein Mikrosystem hineingeboren, das die Erfahrungen des Kindes direkt beeinflusst. Kinder in ungünstigen Verhältnissen erleben eher problematische Familienstrukturen. Schon allein aus dem Grund, dass sich die Erziehung schwieriger gestaltet, wenn man arm ist. Sie erleben mehr negative Situationen in der Schule oder werden von Freunden negativ beeinflusst. Ein Kind, das in einem negativen Mikrosystem aufwächst, wird es daher schwer haben, erfolgreich zu sein. Das Mesosystem stellt die Verbindungen zwischen den Elementen dar, die das Kind umgeben. Zum Beispiel die Beziehung zwischen dem Vater und den Lehrern der Schule. Wenn der Vater mit einem Lehrer nicht zurechtkommt, kann das Kind darunter leiden. Das Exosystem umfasst Verbindungen zwischen sozialen Bereichen, an denen das Kind nicht beteiligt ist. Zum Beispiel können die Erfahrungen eines Kindes zu Hause durch die Erfahrungen der Eltern am Arbeitsplatz beeinflusst werden. Verliert die Mutter ihre Arbeit, könnte sie mehr Streit mit dem Vater haben, was zu Veränderungen im Umgang mit dem Kind führt. Das Makrosystem beschreibt die übergreifende Kultur, die alle anderen Systeme beeinflusst, zum Beispiel den geografischen Standort und die ethnische Zugehörigkeit eines Kindes. Intelligente Menschen, die in schlechten Gegenden leben, ziehen eher in bessere Gegenden. Was aber auch bedeutet, dass sie dort eher Fremde in einer reicheren Gesellschaft sind. Unabhängig vom biologischen Potenzial oder der Erziehung des Kindes kann es also auf der Makroebene immer noch benachteiligt sein. Das Chronosystem bezieht sich auf die Veränderungen, die das Kind und seine Umgebung im Laufe der Zeit erfahren. Wenn das Kind aufwächst, lieben sich die Eltern vielleicht nicht mehr und lassen sich scheiden, was für einen achtjährigen Jungen traumatisch sein kann. Fünf Jahre später hat er sich vielleicht damit abgefunden, wie sich die Dinge entwickelt haben. Als der Junge 16 wird, zieht aber der neue Freund seiner Mutter in die winzige Wohnung mit ein und es wird wieder schwierig. Bronfenbrenner wurde von Lev Vygotsky und Kurt Lewin beeinflusst. Er überzeugte den US-Kongress davon, dass die Zukunftschancen eines Kindes nicht genetisch vorbestimmt sind, sondern das Ergebnis der Lebensumstände, in die es hineingeboren wird. Kinder, die in unglücklichen sozialen Strukturen aufwachsen, brauchen daher eine Form der Unterstützung, die nicht nur ihre Familien, sondern auch Elemente ihrer Gemeinschaft erreicht. Bronfenbrenners Theorie trug dazu bei, dass 1965 das Head Start Programm ins Leben gerufen wurde. Ein staatliches Programm, das schon mehr als 35 Millionen armen Kindern zugute gekommen ist. Jahrzehnte später schlugen Bronfenbrenner und Stephen Sassy eine Erweiterung dieser Theorie vor, die als bioökologisches Modell bezeichnet wird. Dieses neue Modell berücksichtigt die Wechselwirkungen zwischen Genen und Umwelt. Sie erkennt die Rolle der Vererbbarkeit an, fügt aber hinzu, dass die Gene selbst unter dem Einfluss der Umwelt stehen. Das heißt, der Prozess der Vererbbarkeit variiert in einer Größenordnung von Potenzialen. Wie viel ein Kind aus seinem ererbten Potenzial machen kann, hängt von der ökologischen Umgebung ab. Bronfenbrenner leistete einen entscheidenden Beitrag zu unserer Erkenntnis, dass Eltern-Kind-Beziehungen nicht in einem sozialen Vakuum existieren, sondern in größere Strukturen wie Gemeinschaft, Gesellschaft und Kultur eingebettet sind. Um sich gut zu entwickeln, sagte er angeblich, braucht jedes Kind mindestens einen Erwachsenen, der irrational verrückt nach ihm ist. Jetzt bist du an der Reihe. Mache fünf Kreise, zeichne dich selbst in die Mitte und eine Zeitleiste am unteren Rand. Füge dann alle Personen, Institutionen und Kräfte hinzu, die dein Leben beeinflussen. Auf der Zeitleiste unten kannst du einige wichtige Ereignisse aus der Vergangenheit und solche, die du in der Zukunft erwartest, eintragen. Kannst du erkennen, wie die fünf Kräfte dein Leben prägen? Um mehr über das Thema zu erfahren oder das Video ohne Hintergrundmusik herunterzuladen, gehe auf sproutschools.com Sprouts-Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutschools.com